Genau, Generating gerade gar nichts. Ja, aber diese Batterie würde quasi unsere Energie jetzt hier verteilen. Das heißt, wir könnten jetzt quasi was machen. Das mit der Drehbank müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben, wie gesagt, super viel Zeug schon dabei. Labeler, das ist, kannst du Namensbezeichnungen ändern. Generatorbausatz. Dieses Ding nehmen wir auch mal mit. Und den Generator nehmen wir auch mal mit. Mal gucken, was das kann. Datadiscs, Sensoren, Türen, Konsolen. Was ist da mit drin? Das ist nur die Überlebensgeschichte. Weil wir haben unten rechts, seht ihr Hunger. Wir haben 62% Hunger. Da müssen wir so ein Süppchen uns vielleicht mal reinziehen. Schmelzsicherung. Habe ich den jetzt übersehen? Peilsender. Mhm. Ist noch eine Eisenwand. Nehmen wir auch mit. Das können wir alles dann in der Base unterbringen. Konsument. Rohre haben wir da. Airlock. Okay. Also. Entweder ich habe es jetzt komplett übersehen. Aber ich dachte, wir haben die schon. Ich spiele im Singleplayer. Ach so, das dann. Nein, nein. Ich meine was anderes. Da muss. Es gibt tatsächlich. Oh. Hier wird Energie. Ah, nee. Er zeigt nur an, dass er den Strom jetzt nicht hat, oder? Ja, oder entlädt. Haben wir da irgendwas angeschaltet? Nee, ne? Ja, gut. Okay. Ähm. Ich glaube. Wir können. Wir können unseren Anzug sogar hier nochmal Temperatur senken. Genau. Hier ist die Zieltemperatur. Das. Fröstelt uns jetzt zwar ein bisschen. Aber wir verbrauchen nicht ganz so viel Saft. Ja, das wäre schon mal. Wir können auch den Druck erhöhen und senken. Also alles, was wir wollen. 49 Kilo Pascal haben wir aktuell Druck im Anzug. Aber das sollte vielleicht, wenn die Heizung nicht so arg läuft im Anzug, sollte das die Batterie ein bisschen schonen. So. Eine Drehmaschine ist der Drucker, oder was? Der Lichtbogenofen ist doch der, oder? Nee, das war das Ding da. Drehmaschine. Okay, was können wir noch bauen? Elektronikdroger, der war's. Da bauen wir als Kupfer für. Warte mal kurz. Ähm. Die Rahmen kommen hier mit rein. Das packen wir jetzt hier unten noch mit rein. Der Generator und der Batterielader. Den Batterielader schrauben wir jetzt mal ganz kurz hier auch noch mit hin. Ja, weil den brauchen wir auf jeden Fall, um unsere Batteries ein bisschen auf Pump zu bringen. Bauen wir den denn auf? Eigentlich egal, ne? Eigentlich momentan ist es eh egal, weil wir bauen ja eh noch um dann. Bauen wir den mal hier hin. Ja. Dann kriegt der auch noch ein bisschen Säfte ran. Und dann müssen wir das ein bisschen drehen noch. So. Dann haben wir das Ding dran. So, dann könnten wir jetzt Batterien, die wir haben, aus unserem Werkzeug zum Beispiel reinlegen. Aber was wir auf jeden Fall bräuchten, wir müssen diesen Elektronikdrucker bauen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall das Zeug, was wir jetzt zum Beispiel zum Teil auch schon gefunden haben. Ja. Aber wir haben jetzt, ähm, Gold noch ein bisschen. Hier haben wir noch ein bisschen Nickel und Eisen. Wir brauchen Kupfer. Kupfer wäre wichtig. Kupfer ist überlebenswichtig für uns gerade. Haben wir das? Können wir das irgendwo finden vielleicht? So. Was ist hier? Da ist doch auch irgendwas. Doch jetzt nicht, da liegt neben uns Kupfer rum. Zum Thema, ich wollte nochmal schnell heim. Es gibt auch einen Recycler, um später dann einfach ganz easy peasy die Sachen wieder weg zu recyceln, die du, ähm, die dann über hast. Also das gibt's auch. So, ich lasse es mal offen. So. Gut. Okay. Wir müssen uns auch mal unsere Batterie mal anschauen, schnell. Wir sind bei, oh, die haben auch fast zur Hälfte runter. Ähm, die müsste jetzt gut geladen sein. Schauen wir mal. 100 Prozent. Go, go. Sehr schön. Okay. Okay. Denn, pass mal auf. Dann lass uns mal ganz kurz die Sonne nutzen. Vollgas. Eisen. Hier packen wir Kupfer rein. Äh, noch mehr Eisen. Ein bisschen Kohle haben wir hier noch. Und das ist Silizium. So. Schön. Gut. Ähm, dann warten wir mal ganz kurz, bis wir das haben. Beziehungsweise wir nehmen schon mal nochmal ein Eisner in die Hand. Ja. Das können wir schon mal machen. Ein neuer Zwerg ist in dem... Nee, nix. Vielen Dank für den Prime Resort im 10. Vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Die Hypes. Nur für dich. Uh, das dauert fein lang, du. Lecko mio. Generating. Okay, wir produzieren relativ gut. Ja, gut. Das Ding liegt halt am Boden. Ja, man kann das natürlich auch noch anders machen. Man könnte das jetzt auch noch anders machen. Die stehenden Teile kann man dann auf die Sonne ausrichten. Die sind natürlich mega viel effizienter. Der hat seinen Peak halt einfach, wenn die Sonne auf dem Höchststand ist. Und sobald die dann wegwandert, wird er halt immer schwächer. Also jetzt, ihr seht schon, Effizienz 82% ist jetzt nicht so gut. Ja. Naja, gut. Ähm. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Ähm. Wir haben jetzt 29 Gramm Eisen und 5 Gramm Gold da drin. Das ist natürlich nicht die Wucht, ne? Nicht so gut. Na gut. Aber da kommt der Sache hin. Die Energieversorgung liegt am Boden. Ja, ja. Das stimmt. Also Energieversorgung ist, äh, nennen wir mal, nennen wir mal, nennen wir mal, die Energieversorgung ist, wie soll ich sagen, kreativ. Ja. Wir können natürlich auch hier nochmal weitere, ähm, können wir tatsächlich mal machen. Und zwar, wir tauschen das mal gerade ganz kurz. Und nehmen jetzt mal aus unserem Drucker, nicht aus dem Gürtel. Aus dem Gürtel wollte ich hier. Nehmen wir jetzt mal, haben wir noch, haben wir noch Frames? Ja. Ähm. Nein, ja. Lass uns mal hier unsere Solarplatinen-Geschichte machen. War ja so klar. Den Platz werden wir so oder so brauchen. Also da sehe ich jetzt eher kein, kein, kein Entkommen. Ja. Okay. Ach, guck mal, der läuft, äh, mit Fuel läuft der. Ist irgendein Gas drin in dem Schweißer? Das ist ja auch spannend. So. Schweißen wir das hier mal auf. Okay. Gut. So. Dann ist unsere Baustelle klar. Der ist durch. Folger frei. So. Das nehmen wir mit. Das kommt da rein. Und dann schalten wir das Teil an. Und jetzt können wir diesen Elektronikdrucker bauen. Bam. Den brauchen wir. Nächste Baustelle für uns. Der Elektronikdrucker ist schon tatsächlich ein sauwichtiges Gerät. Ja. Ist ein sauwichtiges Gerät. Wie viel Strom ist da drin? Wahrscheinlich ist das jetzt gar nicht mal so schlecht für uns. Aber die Energie ist, äh, Sonne. Wo ist die Sonne? Ja, die Sonne geht schon unter hier. Sollten wir uns nochmal gucken, dass wir hier irgendwas Sinnvolles wie Gold jetzt nochmal verarbeiten können, wenn das durch ist. Brauchen wir das so richtig schön durch noch. Ja, was geht das nicht mal. So. Wie schaut es da aus? Huh. Wie lange dauert der? Hey, unsere Lebenserhaltung schaut gut aus. Die Batterie hat sich fast nicht aufgebraucht. Wir können natürlich auch, wie gesagt, was auch geht, wenn du mehrere Batterien dann später hast, kannst du die dann da reinstecken in das Ladegerät. Schaltest das hier an und kannst dann die Energie hier, äh, deine Batterien laden. Dann hast du halt immer welche auf Reserve. Das ist schon eine gute Sache. Xilev, grüß dich. Wir waren auf einem epischen, auf einer epischen Erzsuche, waren wir, ähm, nach Kupfer. Haben wir auch gefunden. Sah ganz gut aus. So, machen wir mal das Ding wieder zu. So. Den schalten wir dann sobald das rum ist, schalten wir den aus. Wir machen noch vier Watt aus dem Ding. Das reicht natürlich im Leben nicht. Das Ding können wir eigentlich... Naja, wobei, wir müssen so oft an dem Ding ran. Ne, lassen wir mal. Lassen wir mal. Wie lange brauchst du noch? Ja, nicht mehr lang. Das ist gleich durch. Wie viel ist da noch drin? 16 Gramm. Das dauert noch ganz schön lang, ey. Die Batterie wird wahrscheinlich auf gelb springen über Nacht. Da wird, wird wahrscheinlich, das, das werden wir wahrscheinlich hinbekommen. So, den Generator. Können wir uns... Alter. Jo, gut, ne. Den könnte man halt auch irgendwie bauen. Zur Energieversorgung. Als Notfalllösung. Okay, der braucht dann, ähm... Hinten den Stromanschluss. Den könnte man hier an der Seite vorlegen. Das wäre möglich. Aber da will ich erst noch mehr Kabel dafür haben. Ach, guck mal. Der ist fertig. Oh, no, 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 no. Aus, 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 aus. So. Schaut's bei dir aus? 9 Gramm noch. Ja, und der ist mittlerweile aus. Und die Batterie ist halt auch schon angebraucht, ne? Du hast die Kugel von dem Namen, weil du abgestimmt hast. Deswegen. Du hast an der Abstimmung im Chat teilgenommen mit Zwergpunkten. Deswegen hast du diese, diese Kugel. Diese, dass du für Abstimmungsergebnis 1 quasi gewählt hast. 5 Gramm noch. Wir könnten das jetzt auch einfach ausschalten, ne? Das ging ja auch. Wenn die jetzt auf Rot springen würde, wäre das auch auf jeden Fall gegeben, ne? So, wir nehmen mal das Ding auf. Und dann bauen wir das, äh, den Drucker hier auch noch gleich. Jetzt bräuchte ich bloß ein bisschen Licht, wäre schön. Ihr seht immer, wo die Ressourcen reingehen und wo sie rausgehen aus dem ganzen Ding. Ich würde sagen, wir bauen das. Alpha dos Lunari. Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen im Stream. Bauen wir den mal mitten rein, das ist ja jetzt egal, ne? Eisenplatten brauchen wir und einen Schweißbrenner. So, Cable Coils. Vier Stück müssen da rein. Und dann brauchen wir Kunststoffplatten wieder. Die haben wir jetzt aber nicht dabei, ne? Die sind im Schrank. So, da haben wir noch viele tatsächlich. So, und jetzt müssen wir das, den Schraubenzieher noch verwenden. So, jetzt ist das Ding fertig. Nehme mal die Zange in die Hand. Und jetzt brauchen wir den Stromanschluss von hier. Das ist jetzt nicht so ganz meine Lösung. Gehen tut das aber auch genauso. Nein, 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 nein. Ja, hier hätten wir auch noch einen Netzwerkanschluss später für Steuerungsgeschichten. Ist das dann auch eben euer Ding, ne? Wenn man dann Sachen automatisieren möchte oder steuern möchte, dann kann man das ganz gut machen. So, hier bräuchte man den Netzwerkanschluss, könnte man hier auch rüberlegen. Wir haben noch 13 Kabel. Ich nehme mal an, wir können tatsächlich in dem neuen Gerät dann auch mit den... Ach, guck mal. In dem neuen Gerät dann auch was machen. Wir können auch im Übrigen uns die Ressourcen wieder ausgeben lassen, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt ganz cool. Hier haben wir 48 Gramm Eisen, 3 Gramm Gold und 40 Gramm Kupfer. Wir schalten den jetzt mal ganz kurz an und schauen mal... Ach, Kassette. Door Control. GPS. Integrierter Schaltkreis. Solarmodul. Bausatz. Ich bin mir aber nicht sicher, das braucht Eisen, Gold und Kupfer. Okay. Dann packe ich das mal rein. Nehme mal Eisen. Machen das aber noch aus, weil wir haben keinen Strom mehr. Das wird zu eng. Landon, guten Abend. Der Ofenzwerg, ja. Ich weiß. Manchmal, an manchen Tagen, ne? Später wird das dann alles einfacher, wenn wir dann in unseren Berg einziehen, dann wird das gut. So. Ha. Ja. Jetzt könnte man natürlich wieder eine kleine Mining-Action machen. So, zumindest in der Nähe. Wir haben ja ungefähr noch die Richtung, wo wir hinwollten. Das war von hier irgendwo. Aber wie viel... Warte mal, wie viel Strom haben wir eigentlich noch im Anzug? 92% haben wir noch im Anzug. Ja, das ist ja großartig. Wir dürfen bloß nicht zu weit weg. Zwerge gehören in die Berge. Ja, natürlich. Ungefähr ein bisschen in die Richtung noch. Das müsste so die Richtung sein, wo ich war. Ja, und jetzt... Na, du siehst noch ungefähr, wo wir wohnen. Da wohnen wir. Hier. Aber... Ja, also wenn wir jetzt weit weg laufen, dann haben wir da tatsächlich echt noch Action, ne? Genau. Und wie gesagt, da kannst du dann irgendwann so ein Mining-Ding in dein Tablet. Dann gibt es so ein Scan-Beacon, das stellst du auf die Erde. Und dann zeigt er dir halt genau an, wie groß das Vorkommen ist. In welche Richtung sich das erstreckt. Zeigt er dir dann auf einem grafischen Display an. Das ist mega cool gemacht. Sefer haben auch noch an den Sternen navigiert. Und was passiert? Haben Amerika entdeckt. Ich hab die Basis schön. Ich hab die Basis schön. Ach, wir haben ja was da essen dabei, Mensch. Guck an. Gut. Freunde. Also, unser Anzug hat noch ein bisschen Restsprit. 71%. Dann lass uns erstmal hier wieder anfangen. Wir müssen ein bisschen Sachen machen. Wir machen heute einen kleinen Schmelztag. Die Batterie wird ja auch erst geladen. Und das Ding braucht auf jeden Fall. Wir brauchen nur mehr von diesen Solar-Dingern. Äh, ne. Moment, 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 Moment. Das war die falsche. Ähm. Eisenwand. Hydraulischer Rohrbieger. Das ist bestimmt auch so ein Ding. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, Freunde. Gut. Ähm. Was brauchen wir jetzt auf jeden Fall? Dieses Blei lassen wir jetzt hier mal drinnen. Weil da... Das ist zwar cool, dass wir es haben. Aber das brauchen wir jetzt zumindest für die meisten Rezepte, die wir kennen, brauchen wir es aktuell nicht. So, wir brauchen mehr Eisen. Boah, ey. Ich hab so echt... Jetzt laden wir die Batterie immer mal ein bisschen auf, ne. Man sieht das immer, wenn es grün und blau blinkt. Müsst ihr laden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das aktuell der Fall ist. Wir können natürlich jetzt mal folgendes machen. Wir packen mal das Tablet aus und schauen mal. Ähm. Wir machen 280 und verbrauchen... Ja, wir verbrauchen alles. Aber wir laden trotz alledem, glaube ich, ein bisschen auf, ne. 305 produzieren wir und hier werden 120 oben rausgenommen. Okay, alles klar. Jo, gut, ne. Was hilft's, ne? Hä? Ähm. Achso. So. Dann hier rein. Äh, das haben wir ja schon, glaube ich, ausgewählt, ne. Jetzt brauchen wir hier nur noch Kupfer. Jetzt sind wir, glaube ich, dran gerade. Ja. Kupfer wird geschmolzen. Zwergenweise. Spilola. Ich werde jetzt schon sehen, wie ich das entscheiden kann. Ja, natürlich. Eiko. Aber auf jeden Fall macht das. Ähm, ja genau, die Stahlgeschichte, da brauchen wir den Furnace dazu und dann können wir Stahl schmelzen. Das geht, glaube ich, auch mit diesen, äh, mit diesen Ressourcen, die wir hier haben. Also ein bisschen Eis oder Oxy und, äh, dazu hier dieses, dieses Rosa-Zeug. Und dann kannst du, glaube ich, dann, ähm, Kohle und Eisenerz, meine ich, zusammenschmelzen. So, hauen wir gleich den nächsten rein. Ja. So, und wenn das jetzt fertig ist, wie lange brauchst du noch, 80? Dann machen wir mal schnell so ein Solarmodul. Ich meine, das bringt uns jetzt, jetzt ist die Sonne gerade am höchsten. Wenn, dann müsste es mal schnell sein. Wie lange dauert denn das? Ach, das geht flott. Lass uns mal zwei von den Dingern bauen. Haben wir vielleicht morgen die Chance, die Batterie voll zu bekommen. Okay, jetzt geht auch nichts mehr. Ähm, Cable Coils. Da sollte man auch noch mal ein paar von bauen. Jetzt schalten wir das Ding aus und das schalten wir auch aus. So, das Rohrding ist da. Ähm, dip, 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 dip. Wie lange bist du noch am Laufen? Ja, der braucht noch ewig. Äh, dip, 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 dip. Dann brauchen wir auf jeden Fall, äh, nehmen wir die Cables mal in die Hand. So, dann wechseln wir die Hand. Nehmen zwei von den Solarmodulen und bauen die hier dazu. So, dann brauchen wir die Cables. So, die müssen natürlich noch fertig gebaut werden. Die sind noch nicht ready. Ähm, tun wir das mal nach oben. Dann können wir den Gürtel tauschen. Äh, und dann brauchen wir die Zange dazu. So, damit er das nämlich zusammenklamüsern kann. Gut, jetzt brauchen wir das, ähm, Glas, glaube ich, noch dazu. Sonst geht das nicht. Okay, Eisen würde ich auch noch mal ganz gerne ein bisschen was vorbereiten. Aber haben wir, ja, Eisenwand haben wir. Wir brauchen allerdings nicht Eisenwand. Haben wir noch irgendwo Glas hier drin? Der ist leer, ne? Ja, da ist nichts mehr drin. Da ist es noch. Ja. Go, go. Go, go. So, machen die noch was? Ja, aber das ist halt jetzt echt der letzte Meter, ne? Besitzt ihr das Spiel jetzt auch, Dennis? Dann habt ganz, ganz viel Spaß damit, auf jeden Fall. Okay. Ähm, jetzt können wir mal die Probe aufs Exempel machen. Ja, ist ein bisschen besser als das, was wir haben, ne? 83. Aber das wird jetzt mit drei Solarplatinen mit Sicherheit besser. Mit Sicherheit. Kanal gerufen die hier einen wunderschönen guten Abend. Weil ich es nicht wirklich verstehe. Ja, vielleicht kommen wir zusammen da hin. Vielleicht kommen wir ja da zusammen hin. So, das ist die nächste Maschine. Ich würde fast vorschlagen, wenn wir jetzt eh schon hier am rumdüsen sind, ähm, lasst uns mal hier die Frames nehmen. Und hier nochmal ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, wenn wir mehr Strom hätten, also mehr Batteriemöglichkeiten, dann hätten wir auch einfach insgesamt mehr Möglichkeiten. Dann könnte man halt auch ein bisschen gucken. Im Moment haben wir den drei Solarmodulen, glaube ich, wenn wir nichts verbrauchen, kommen wir ganz gut hin. Essen soll man nicht vergessen. Stimmt, der Anzeige wird jetzt auch gleich rotern. Ähm, lass uns nochmal einmal Eisen durchgehen. Das haut ja ziemlich schnell durch, ne. So, das ist Kupfer. Was haben wir jetzt hier? Hier ist kein Kupfer mehr drin. So, mal reinpacken. Hier ist aber auch, glaube ich, naja, hier ist 30 Gramm Kupfer, kein Gold mehr drin. Ähm, ich baue jetzt mal nichts. Ich will nur was gucken. Furnace Kit war das, glaube ich. Ich glaube, das war das, was wir brauchen. Verwerter. Sortiereinheit. Stapeleinheit. Ui, ui, ui. So, Chat, wie gefällt es euch bisher? So generell? Sagt mal ein bisschen. Research Capsule. Okay. Kit Battery Charger. Da ist die Batterie-Geschichte. Kit Battery Large. Was brauchen wir dafür? Stahl. Stahl haben wir jetzt noch nicht. Da brauchen wir halt echt den Kit Battery. auch Stahl. Das braucht alles Stahl. Kabel-Messeinrichtung. Super, gut. Ja. Einfach gucken. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Aufzug. Krass. Drehlicht. Okay. Ey, was mit diesen Logik-Sachen noch zu tun ist, ey. Ich glaube, da werden wir noch lange beschäftigt sein. Schalter-Einheit. Logischer Sender. Portabler Generator. Auch cool. Power Connector. Power Controller. Das ist das, was wir hier rechts stehen haben. Satzschüssel. Sicherheitsdrucker. Okay. Lautsprecher. Generator. Kleiner Transformator. Cool. Eine Druckplatte. Turbinengenerator. Geil. Verkaufsautomat. Transformer. Schwere Kabelspule. Bodenradar. Da ist das Ding, was ich meinte, ne? Okay. Gut. Dieses Portable-Licht hier, das erzeugt, glaube ich, Umgebungslicht. Das könnten wir mal machen. Das könnten wir uns halt hier irgendwo reinstopfen. In die Uniform vielleicht. Mal gucken. Machen wir erst morgen. Ofen machen wir aus. Unsere Batterie ist nämlich fast durch, ne? Also ist fast nichts mehr da. Eine nächste Baustelle wird sein. Wir werden, ähm, des Morgens, ja, werden wir losstarten. Und werden auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir nochmal vielleicht zwei weitere Solarmodule hier hinbekommen. Das ist jetzt alles provisorisch. Das kommt alles wieder weg. Wir werden da einen schöneren Platz für finden, damit wir unsere Energie halt immer schön erzeugen. Vielleicht bauen wir die auch irgendwann mal auf dem Dach oder sowas drauf. Ja, irgendwie so in die Richtung wird's gehen. Das werden wir machen. Ja. Und den Ofen, diesen, äh, diesen anderen Ofen brauchen wir auch noch. Müssen wir auch mal gucken, wie das geht. Ja, ja, Essen machen wir gleich. Wir haben ja Essen dabei. Also wir haben ja keinen Stress gerade. Ähm. Copper. Okay, das ist dieses hydraulische Ding. Was machen wir jetzt mit dem eigentlich? Der, diese hydraulische Dinge, der wollte ich da hinstellen, ne? So, hier. Rückseitig zu dem anderen. Haben wir den Platz ja auch genutzt. Äh, Schweißbrenner und Eisenplatten brauchen wir dafür. So, Schweißbrenner. Cable Coils. Jetzt wird's, ihr merkt schon, das wird jetzt echt knapp langsam. Wieder Schweißbrenner und Kunststoff. Und dann wollen wir noch einen Schraubenzieher. Okay. Und dann müssten wir jetzt tatsächlich unsere letzten fünf Käbelchens, die wir, wir könnten hier an der Seite rumlegen und dann hier, ja, hier rüber kommen. Schaut das auch ein bisschen cooler aus. So. Es ist Drachenfütterungszeit. Jetzt gucken wir mal gerade, die nehmen die Zange in die Hand und das da. Wir kriegen sie nicht fertig. Wir müssen auf jeden Fall neue Käbelchens drucken. Sehen wir eigentlich irgendwo, wie voll das Ding ist? Ne, oder? Doch hier. Also richtig sehen, wie voll es ist, glaube ich, es steht nirgendwo. Bin ich mal gespannt, ey. Na gut. Aber ich glaube, ich habe versehentlich, ähm, den Forschungsbaum nicht angemacht. Das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade. So, was wir auch anschließen müssen, ist das Gerät hier. Da können wir zünden, glaube ich. Ein Generator. Und der hat hier den Stromanschluss und der erzeugt dann auch Saft. Also wenn es darauf ankommt, könnten wir dann anschließen und dann auch hier Säftchen generieren. Mit dem Tablet kannst du es sehen. Okay, jetzt müssen wir ja wirklich was essen. Jetzt hilft es ja nichts. Was gibt es hier? Tomatensuppe. Ja, das, die ist, die sehr gieb ich, Freunde. Tomatensuppe, die hält. Die Tomatensuppe regelt, meine Lieben. Das ist großartig. Endlich schon, endlich schon schön was zu essen. Zwischen die Kiemen. Okay. Das kann man wieder wegpacken. Das kann man ausmachen. Den Gürtel brauche ich jetzt eigentlich auch gerade nicht. Was machen wir jetzt? Ach so, mit dem Tablet kann ich sehen, wie voll die Batterie ist. Ja gut, das könnte man tatsächlich mal schauen. Wo ist mein Tablet? Habe ich das? Ah, warte mal. Das müsste im Werkzeuggürtel sein. Ah, 130 Kilowatt müssten das drin sein. Aus, stromlos, aus, stromlos, geschlossen. Okay. Gut. Na gut. Wir werden auch irgendwann Sauerstoff brauchen. Aber wir gucken mal. Ist dir der Anfang schwer gefallen? Ja, nee, eigentlich nicht. Also, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Ahnung gehabt, was ich wie machen wollte. Habe da so ein bisschen so eine kleine Idee gehabt. Und es ging. Also es ging. Es war jetzt nicht übermäßig krass schwer oder so. Ja, aber wir haben auch noch nicht alles geschafft. Also wir sind ja auch noch nicht über den Berg. So. Jetzt gucken wir mal schnell, wie wir das verlegen hier. Ja, das war es wieder. Ja, ich brauche mehr davon. Ne, 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 Moment. Jetzt habe ich eine Kabelspule schwer, will ich nicht. Cable Coils. Lass uns da nochmal ein paar drucken. Ich will das angebaut. So, reicht. Zumindest für den Moment jetzt erstmal. Ich hoffe ja immer noch, dass ich durch meine Bautätigkeit irgendwie es schaffe, dass wir Tageslicht wieder bekommen, damit wir sauberen Strom kriegen. Wird schon langsam rot, das Ding, ne? Zum Extrem. Aufpassen. Aber Kälbichens brauchen wir halt auch durchaus für jeden Aufbau immer wieder. Nächste Baustelle wird sein, dass wir einen Furnacer bauen. Also einen richtigen Schmelzofen. Und gucken, wie der richtig funktioniert. Brauchen wir, glaube ich, aber auch ordentlich Eisen und Kohle dafür. So, der ist angeschlossen jetzt hier hinten. Jetzt wollten wir hier hinten noch weiterlaufen. Dann brauchen wir das hier. So. Bis wir zumindest das haben, was wir jetzt gerade zumindest schon mal können. Das will ich ja ganz gerne erreichen. Vielleicht hauen wir wirklich ein bisschen Kohle rein und schauen nochmal, dass wir ein bisschen Strom kriegen. Wenigstens um die Batterie zu laden. Aber es wird, glaube ich, schon wieder heller. Habe ich so im Gefühl. Einen noch. Echt einen. Gut, aus. Naja, vielleicht haben wir dann die nötige Nachtenergie. Gut. Jetzt könnte man den anschmeißen, ne? So, wie schaut's bei euch? Null. Das hört man gerne. Kopper. Ein bisschen Licht dürfen wir schon. Blei. Da haben wir ein bisschen Kohle. Jetzt pass auf. Schmeiß die mal da rein. Dann, ähm. Schnappen wir uns mal das Ding. Machen sie an. Produzieren wir jetzt da irgendwas von? Ich glaube, wir verbrauchen auch einfach nix, ne? Und der lädt die Batterie nicht auf, weil die falsch rum ist. Okay. Ist jetzt nicht schlimm, äh, ist jetzt nicht tragisch oder so, aber, ähm, naja. Ich muss da mal das Tablet aus dem Ding hier in dem Werkzeug hier runterlegen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Gut. Ähm. Ja, jetzt kommt gleich Sonne rum. Ja, jetzt kommt gleich Sonne rum. Wunderschön, meine Lieben. Okay. Wir müssen immer dran denken, am Ende des Tages müssen wir auch unseren Anzug mit Energie versorgen. Und das ist schon wichtig. Nehmt das Pengu, grüß dich. Hi. Ich stehe beim Zugucken schon wie der Ochse vom Berg. Gar kein Problem. Wie gesagt, wir, wir, ich, ich bin ja auch, ich bin ja auch kein Pro drin. Also ich kann das ungefähr, ich weiß halt gerade, dass es so auf die Anfangssachen, auf Batterien und so drauf ankommt. Und dann werden wir aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Also ich habe da so mega viel Erfahrung, habe ich mit dem Spiel jetzt auch noch nicht. Ähm. Das müsste eigentlich angehen. Ja, nee. Dipp, 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 dipp. Okay. Ähm. Wir brauchen das Ding. Dann brauchen wir, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir schnell sein. Und dann müssen wir hier ran. Weil wir haben nämlich dummerweise am falschen Anschluss hier ran geklemmt. Da konnte der nichts kriegen. Lass uns noch mal ein paar Cables machen. Sollten wir echt mal dauerhaft ein paar Cables machen, ne? Weil so hätte der quasi nur funktioniert, wenn der auch Strom über das Solarmodul generieren würde. Und jetzt lädt die auf jeden Fall auf. Hier kommt ordentlich Saft ran. Und jetzt können wir den auch mal anschalten und schauen mal, was geht. Ah, guck mal, hier können wir Filter und so Zeugs machen. Das ist ja cool. Wandheizer, Wandkühler, Volumenpumpe, Tanks. Okay, eine Rohrkurve. Pipe Label, das ist auch cool. Hydroponic Tray. Ach, guck mal, da können wir dann Pflanzen ansäen auf dem Ding. Shoots, genau, da können wir Sachen durch so Förderbänder leiten. Ja, und dann durch die ganze Base schicken. Rohrventile. Ja, okay, das kommt dann alles später. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal, was wir brauchen ist... Ah, unsere Batterie schaut gut aus. Dann pass mal auf, lass uns die mal tauschen. Ja, haben wir ein bisschen mehr Saft in unserem Anzug, das geht. Und wir sollten jetzt auch ganz gut was produzieren. Okay, ich lass noch mal ein paar Kabel machen. Das geht schon. War schon ein Stück nirgendwo da, wie schaut es aus wie mit Cyberpunk. Bist durch. Ja, das wollten tatsächlich super wenig Leute nur sehen. Und dann haben wir gesagt, ne, okay, dann spiele ich es für mich selber. Deswegen habe ich da jetzt nicht weiter gemacht, an der Stelle. Im Stream zumindest. Und, ach, guck mal. Wenn ich das jetzt hier anschalte. Eigentlich müssten wir den Generator hier mit ranklemmen, an diese Geschichte hier, an die Solarpaneele. Weil der müsste ja eigentlich... Wer für Nachtstrom wäre der halb Mega, ne? Aber gut. Ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde, meine Lieben. Switchen mal ganz kurz die Gürtels. Und organisieren uns noch mal ein bisschen Zeugs, ne? Lass uns mal Richtung Base zurücklaufen. So langsam wenigstens. Wobei langsam ist relativ. Die Sonne ist jetzt tatsächlich schon weg. Oh no! Was? Kann man höher machen? Höhlen machen? Ja, ja, kannst du. Und das Schöne ist, die Höhlen sind auch tatsächlich... Wenn du den Eingang abdichtest, könntest du da drin eine Atmosphäre bauen. Ja, also das ist tatsächlich besser zum Beispiel als den Space Engineers, wo das eigentlich völlig egal war, glaube ich. Die Höhlen sind... Musst den Eingang zumachen und dann kannst du eine Base drauf bauen. Das geht. Mhm. So, die Batterie ist knüllevoll mittlerweile. Okay. Dann schauen wir mal, was hat unsere Batterie noch? 82, die tauschen wir aus. Gut, ähm... Ich überlege gerade. Und zwar Farbmischer, Chemieprozessor. Mmh... 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 Batteries sehr large. Die braucht Stahl, ne? Und die bräuchten wir halt unbedingt, die Dinger. Die kleinen könnten wir bauen. Lass uns da mal welche... Zwei Stück bauen. Zwei Stück. Dann könnten wir hier... Haben wir hier zwei Batterien im Notstrom quasi. Die werden jetzt auch aus der Batterie geladen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber das Ding schalten wir auch quasi erst an. Ähm... Also es ist jetzt ausgeschaltet. Fast alle Geräte haben an der Seite einen Schalter, um die anzuschalten. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal ausgeschaltet, bis Tag ist. Könnte man theoretisch einen schwebenden Berg machen? Theoretisch ging das, ja. Schaut halt dann doof aus, ne? Hast du die zwei Batterien aus dem Lander schon raus? Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Aber das ist ein guter Einwand. Gas Display. Hash Anzeige. Graf Anzeige. Ey, was da noch alles geht, leckumio. Grow Light. Okay. Hülle mit Wasserstoff füllen. Du brauchst tatsächlich die Gase, die du auch in diesen Dingern hier hast. In diesen flüchtigen Stoffen und in den Sauerstoff hier zum Beispiel. Es sind noch mehr Sachen drin als nur Sauerstoff. Ähm, diese Sachen brauchst du tatsächlich später auf jeden Fall. Ähm, und damit kannst du dann auch wieder zum Beispiel bestimmte Gemische herstellen, die du dann zum Verbrennen brauchst oder so weiter. Also es gibt richtig, richtig geile Sachen noch später mal, die du machen kannst. Ähm, die Kit Battery. Dieses Ding wäre eigentlich das, was wir unbedingt brauchen. Die braucht 20 Gramm Stahl. Aber, ähm, da sind wir jetzt hier auch am falschen Gerät, glaube ich. Ich glaube, wir müssen an das Gerät hier ran. Und hier müssen wir jetzt erst mal den Kit Furnace bauen. Also den Ofen. Den hier. Und da brauchen wir Eisen für. Unsere Batterie ist gelb, ne. Wir haben hier schon Eisen. So, warte mal. Jetzt haben wir hier Gold noch. Das dürfen wir hier nicht rauspacken. Und hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Wofür haben wir es denn? Der Generator wäre eigentlich gut, um die Batterie zu laden. Das wäre eigentlich, ist eigentlich Verschwendung so. Jetzt lassen wir mal ganz kurz, äh, spaßeshalber, lassen wir mal ganz kurz was schauen. Ähm, wir haben den Werkzeuggürtel gerade nicht drin. Äh, düt, 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 düt. Und zwar, aktuell, Generator ist an. Aber ich sehe halt echt nicht, was der, sehen wir, was der produziert? 800 Watt. Aber wir brauchen. Ich glaube, wir verbrauchen immer noch. Die Batterien sind auf jeden Fall voll. Der Ofen ist auch fertig. So, das lassen wir mal. Was brauchen wir? Warte mal, jetzt haben wir hier 64 Gramm Eisen. Hier ist ein bisschen Eisen drin. Und hier ist wahrscheinlich gar nichts drin, oder? Ja, hier ist gar nichts drin, dann kommt das da rein. So, haben wir das auch schon? Schwebende Berg. So. Anschalten. Furnace. Go, go. Ob wir den durchkriegen, weiß ich nicht. Da können wir jetzt echt mal gucken. Ob wir das nutzen können. Beziehungsweise, wenn die leer sind, könnte man mit den kleinen, aber die sind halt ratzfatz aufgebraucht, ne? Der Generator ist, den habe ich mit Kohle gefüllt. Ich hoffe halt, dass der funktioniert. Ich weiß es halt nicht, ne? Weil momentan zieht er unsere Energie aus dem, aus der Batterie-Cell. Ich habe hier kein Problem. Alles gut. So. Ich habe aber irgendwie... Chat, ich habe ein kleines Problem gerade. Ich habe ein kleines Problem. Da müssen wir drüber debattieren. Ich kann unten rechts meinen Charakter ändern, okay? Pass auf, das Ding ist das, ich habe jetzt aus irgendeinem Grund, habe ich den Spielstand ohne den Tech-Tree, ohne die Erforschung des Tech-Trees gestartet. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es auf jeden Fall getan. Das ist jetzt wenig geil, weil der Tech-Tree eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit ist. Ja. Und ich würde das gerne mit Tech-Tree spielen. Das ist jetzt zum Reinkommen, wie wir so die ersten Schritte machen, ganz geil gewesen. Aber ich würde tatsächlich gerne mit Tech-Tree spielen und ich glaube, ich kann es nachträglich nicht mehr ändern auf einem Bestandsspielstand. Weil manche Sachen hier, die wir ja können, könnten wir eigentlich erst viel später. Ja, Servina, wobei ich tatsächlich alle Tags schon hier sehe. Also ich weiß, dass es hier bestimmte Sachen wie Grafanzeigen oder solche Sachen, das kommt erst viel, viel später. Du hast diese Capsules, ja, und ich weiß, du kannst auch die Forschungsbank bauen, aber das käme eigentlich, wenn du mit dem Ding spielen würdest, käme das wirklich unfassbar viel später alles. Und das macht natürlich die Sache jetzt ein bisschen durcheinander, weil du halt bestimmte Forschungen, wie jetzt auch, ich glaube, selbst der Ofen, ist eigentlich theoretisch später erst dran. Wir können ja mal folgendes machen, wir speichern jetzt mal, erster Versuch, wir speichern die Welt. Jeffs